Hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge von Elder Scrolls Online. Hier sind Lavana und... Abo? Ja, und heute gibt es für euch eine PvP-Folge. Juhu! Ja, wir gehen in die Schlachtfelder. Das bietet sich nämlich auch an, da aktuell das Mid-Jagermetzel läuft und dazu muss man einmal täglich auch in die Schlachtfelder, ne? Genau. Ja. Ihr Lieben, wir schneiden euch das Ganze zusammen, damit ihr nicht die ganzen Wartezeiten mitwarten müsst. Wir spielen pro Folge zwei Schlachtfelder und es kann sein, dass es mal ab und an hängt. Das liegt aber dann an der Leitung, weil ihr wisst, der Corona Homeoffice, die Leitungen sind hier bei uns derzeit ziemlich belastet, ne? In der Gegend. Genau, dadurch kann es mal lecken. Ja. Ihr wisst ja bestimmt, wovon wir sprechen. So, Elin, dann würden wir sagen, es geht los. So, und da sind wir schon. Das erste Schlachtfeld ist Reliktjagd. Wir werden das immer so machen, dass wir in den Schlachtfeldfolgen immer zwei Schlachtfelder spielen, ne? Genau. Und das ist jetzt auch anders. Man kann sich den Modus leider nicht mehr aussuchen. Dafür kann man jetzt auch wieder als Gruppe rein, ne? Genau. Vorher ging es ja nur noch alleine und jetzt können wir wieder zu zweit spielen. Gott sei Dank, ich finde das besser. Okay, gehen wir erstmal zu unseren Kurzbeschützen. Ja. Weil es die anderen kurz schon durften und die ersten Abfangen, die kommen. Können wir machen. Da kommt nämlich das, was ist er? Ja, jetzt habe ich gerade so eine große Ehrenrunde. Wo ist er? Ja, ich bin weggegangen. Okay. Cool, jemand hat einen Abfangen, ne? Hast du deine Mienen? Die kannst du dir auch mit reinschmeißen. Tun wir eine Miene da unten hinlegen, wo der angelaufen kommt, weil der kriegt mich gleich Ärger. Ich heil ihn, ne? Ich heil ihn. Oh, schnell kommt hoch. Oh nein. Ich heile dich, rein 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 rein. Ich gib Schild. Er ist klassisch. Wir haben uns das Relikt gesichert. Und das war da, ja. Ja. Haben sie gut geholt. Dann lassen wir die mal laufen, die müssen sich anscheinendweise machen. Sie haben das Relikt in Sicherheit gebracht. Und Lila hat sich auch eins geholt. In Rot, oder? Da haben sie aber schon wieder verloren, wie es aussieht. Gut, jetzt hier rumstehen. Ich werde ja auch gerne los. Ach da, Roter. Ja. Ja, siehste. Das ist ja beschützend. Haben wir den? Ja. Okay, cool. Wenn die anderen das aber gut weiterhin machen, klappt das ja, aber... Ja gut, man könnte auch rein theoretischerweise zu dritt loslaufen, aber aus der Erfahrung her hatten wir immer, dass wenn hier nur einer steht, dass das meistens eh schief geht, ne? Na, das war jetzt ein bisschen öde, wenn wir hier rumstehen, aber wir können es doch dann, wenn das jetzt nicht klappt, loslaufen, ne? Ja, das gehört ja dazu. Mann, Teamspiel ist immer gut. Sonst laufen wir eigentlich auch noch ganz gern los, aber... Ich stippe es mal da kurz rüber, ne? Ein Stück. Du kannst ruhig stippe es umgehen, denn bis jetzt war ja immer nur einer gucken. Du kannst doch mal gucken gehen, wenn du willst. Sicher? Nein, nein. Ich weine dann, wenn jemand kommt. Also, einer von uns ist da drüben bei allen Booten und da ist auch lila und so. Wart mal, denn ich gehe lieber in die andere Richtung, oder? Okay. Eure Truppe hat Rot aufgehoben. Dann laufe ich denen entgegen, der misst ja von... Von da, wo du gerade herkommst. Achso, okay, hat der es echt geschafft. Das sah so nach so vielen aus. Krass, komm, komm, komm. Ich habe nur Schutzschild gegeben. Achtung, hier kommt jede Menge hinterher. Okay. Wir haben uns das Relikt gesichert. Mienen. Unsere Feinde haben das Relikt. Ständer, steh uns bei. Wir haben es genommen. Ich lege es wieder auf. Kannst du es wieder drauflegen? Kannst du es drauflegen? Das ist drinne. Ach, vater. Das ist schon drinne. Unsere Feinde haben das Relikt. Ständer, steh uns bei. Aurel, sei Dank. Sie haben das Relikt verloren. Willst du mit gucken gehen? Ja, schau mal da. Oh, meine Schlinge ist da unten. Was machst du denn da unten, Mäuse? Kämpfst du ganz alleine? Ein lilafarbener kommt hoch. Okay. Oder? Hoffentlich unsichtbar gegangen. Lila hat unser. Gehst du helfen? Ich gehe helfen. Wer kriegt auch ab? Warte, ich lege den einmal Minie hier. Ah, der hat noch einen Helfer dabei. Gut. Ah, der ist viel schnell, oder? Ah, der ist echt gut. Cool. Schön. Funktioniert super. Und wenn wir jetzt nämlich irgendwo hinrennen würden, wäre ich aber egal, wenn so das Ding weg ist, würde ich auch nichts bringen, ne? Die laufen irgendwie immer so im Wechsel, kann das sein? Nein, das sind doch die doch bestimmt zusammen, so wie die doben. Aber ist eigentlich auch schlau gemacht, finde ich. Sie haben das Relikt-Einricht gerissen. Ah, das ist weg. Sind die ganzen lilafarben denn hier? Könnte ich dann zu grün gehen? Zu lila, ne? Grün sind wir hier, ne? Grün sind wir hier, ne? Ja, ganz ruhig mal gucken gehen. Die altbekannten Steine, wo ich schon mal dran festhänge. Die sind schon berühmt, ne? Ja, die sind berühmt. Das kann sein, dass ich jetzt hier... Nein, 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 nein. Gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Nein. Ich bin still so viel mehr drin. Hab ich das geliebt? Nein, ich renne doch. Hörst du das? Ja. Ich renne schon. Komme ich von hier irgendwie drauf? Ich muss rüber. Ja, gerade alles hoch. Okay. Hör. Hör. Ja, komm, wir haben auch doch eins noch ruhig. Ja, ihr Lieben, wir machen das gemütlich, ihr wisst ja, na? So wie ich Spaß mache. Na, ich hab mich hier schon hingelegt. Ja, und schläfst du schon? Ich mach ne Mine rein. Sie haben das Relikt in Sicherheit gebracht. Rot hat unser... Äh, unser hat Rot. Schützt das Relikt. Örtrup hat Lila aufgenommen. Lila jetzt, okay. Und da, okay. Geh mal mit helfen, bitte. Oh nein, die haben es fallen gelassen. Ich komm, ich komm, komm. Jetzt heil ich das Relikt! Ich heil den. Nein. Die haben es wieder fallen gelassen. Hier sind aber alle gerade, das ist doof, ne? Nein, die werden mich jetzt sehen. Oh je. Ich versuch runterzukommen. Achtung, Lila kommt, glaube ich. Oh nein, und ich muss sechs Sekunden sterben. Okay. Oh nein, die kommen jetzt zu dritt, glaube ich, zu dir. Oh nein, oder? Wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie es gemacht. Finde ich. Weil ja auch drei von uns tot waren, wisst ihr? Na, aber sonst sind schon so ein Rot, die haben Rot geholt. Das ist gut. Das klappt ja wie am Schnürschirm. Kannst du gleich wieder vorlaufen? Ich komm schon. Ach, das muss ich mich auch wieder rennen. Ja, der letzte. Cool. Wir haben das Verlangen da heute! Sehr schön. So ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Schlachtfeld. So ihr Lieben, und hier ist jetzt das zweite Schlachtfeld. Diesmal Chaos Ball. Heute leider kein Todeskampf. Aber nun gut, wenn man das... Ah, hier können wir dann zurückrennen zum Spawnen, weil wir den kriegen sollten, oder? Genau, und der Ball, den siehst du hier oben, erst wenn der ausgefüllt ist, ist es noch wahr, so gesagt. Okay. Ist das hier mit den Klingen? Na. Wolltet der gerade den Eingang tanken? Oh nein, die haben die Klingen gezündet. Und die stehen mit oben, so. Das Ball ist da, oder? Okay. Kappen. Kappen. Ich heilig, heilig. Ich geb dir Schild. Cool. Ich hab dir Schild gekriegt. Ich hab dir Schild gegeben, du musst das haben, den hast du schon oft gegessen. Ich war hinter dir. Ich denke, wieso ist das so rot um mich, aber das ist ja der Ball. Okay. Ich hab Angst, wenn ich mich schütze. Ich setz dir mal Mienen rund am Popo. Ne. Ich mag Mienen rund am Popo. Hast du gar jemand geschoben? Ja, hast du das gesehen? Der ist meine Miene belaufen. Und ich gebe Blitzbums. Eigentlich hab ich ja nie so viel, eigentlich machst du das ja immer besser, aber irgendwie hab ich den zu passen gekriegt. Hätte ich das gar nicht genommen. Ich bräuchte mal Schild wieder. Haben sie ja alles vergrößert, die Ulti-Dinger, ne? Ne. Das kostet ja alles mehr. Sag doch, wenn ich sterbe. Achtung, Achtung, ja, ich sterbe. Nein, bitte, nie. Doch. Wie? 14 Sekunden muss ich jetzt nachs Bohren. Ich hab mir jetzt Schild gegeben, ich bin ganz allein, kann das sein? Ich hab von deinem Chaosball 29.000 Scham gekriegt, krass. Jetzt bin ich tot und der Ball ist weg. Nein, nehm den Ball. Nein, der gegnerische Trupp, na toll. Hast du aber toll gemacht, so. Also, ich hab mir jetzt nie mehr wieder. Ich kriege auch schon den über uns jetzt. Wir zwei Kampfes mutigen Kriegerin. Krieger und Kriegerin. Oh nein, ja, weil du so weit laufen wolltest. Aber hier kann man da jetzt Schaden machen wollen. Hier ist er, hier ist er. Hier ist er, wo ist der Ball? Ey. Hast du schon mal was von Teilen gehört? Gib mal den Ball. Ich hab ihn. Ich hab ihn, oder? Ich hab ihn. Du hast ihn? Kommst du mir hinterher? Ja. Vor Heilung und so? Ich bin hier gerade im Trouble. Das ist nicht so schön. Ich komm, ich könnte dir sogar Schild geben, aber ich bin so langsam. Warte. Ich bin bei uns am Dings wieder. Heile dich eh mal bitte. Ich kann von hier nicht heilen in dem Ball. Cool. Jetzt kriegst du Schild. Okay, danke. Ich mag dein Schild. Ich geh dich hoch. Oh, das gibt's nicht. Nee, die kommen alle. Wo sind denn unsere anderen alle? Ja, das frag ich mich auch gerade, wo die sind. Schade. Also, ich heile. Mein Schild ist leider nicht fertig. Jetzt mein Schild fertig. Sehr schön. Ich sterb gleich. Also, bei mir rein. Bei mir rein. Gut. Ich versich zu nehmen. Ah, Schatten noch. Ich bin aber dann sofort getötet worden. Macht nicht. Du kriegst ja den Schaden auch vom Ball, wenn ich da immer bei mir stehe es mir scheiß. Ich glaube, dass das von mir klappt. Schade hat uns an den anderen Stand hier noch. Die hätten den auch nehmen können. Rot, okay. Da vorne ist er, oder? Ja, guck. Da dampft es schon. Mehr erste Minen reinsetzen, oder? Ja. Der steht da hinter. Der ist hinter seinem Ding. Da. Kommt mal alle in meine Mine rauf. Da ist er. Du hast ihn. Lob. Du musst los. Ja, ich kann nicht. Heile. Ich laufe jetzt hier erst mal gerade aus, ne? Na? Sprüche weg, Glitzpunks. Na toll. Du musst dich selber heilen, bitte. Keine Schuld. Blech, 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 blech. Nein, jetzt bin ich schon explodiert. Na toll. Shit. Oh Mann. Wir haben den gleich. Hast du ihn? Jemand anderes hat ihn? Feuertrupp, ne? Grün. Na? Ich habe mir Schuld gegeben. Jetzt versuche ich, den nicht zu schützen. Heilen. Ich auch. Oh, die großen Räume. Boah, die wird mal festgehalten. Das sieht's gar nicht. So. Sehr schön. Oh cool, die hat schon mal ein Schild, oder? Das ist doch schon mal gut. Die magst du doch. Hat sie nicht mehr. Ist das ein Tank? Weiß ich nicht so richtig. 4.000 Leber jetzt. Wir hat sie mehr. Ich mach den Roten da abfangen. Ich mach hier Minen rein. Achtung, die versuchen vorzuperschen. Ich könnte schaden. Highlight. Die Sturplein. Die Sturplein. Ich glaube auch. Und jetzt spawnt man so lange, ne? Na, aber es macht nichts. 400 Punkte haben wir. Aber eh mal müssten wir noch holen, ne? Nach links sind die jetzt gelaufen. Die Lilanen sind rausgegangen. Schnell, 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 schnell. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht, wenn die Lilanen das haben, ne? Weil die haben nicht ganz so viele Punkte. Die können jetzt nicht so schnell aufholen. So, jetzt haben wir die Roten ausgedünnt. Jetzt müssen wir nur die Lilanen. Seid ihr da? Ja. Ich lege da ein Udi und Dings. Da steht Hüme. Da geht um die Hauz und Hüme. Da steht auch nicht so geraten. Gepript jetzt. Kapp. Oh, jetzt bin ich auch gestorben. Och, Mann. Und da hat's. Aber der hat keine Hilfe, leider. Oh, ich hätte noch Schild drücken können. Also ich hab's versucht zu spammen, aber es ging leider nicht. Aber der hat zwei Sekunden gehalten. 410, ja. Sie laden's wieder. Hat er trotzdem gut gemacht. So, jetzt aber. Dürfen wir uns das nicht fassauen lassen, so kurz vorher. Okay. Das ist meistens so, dann, wenn's zum Ende hin spannend wird, ne? Dass sich das Blatt meistens nochmal wendet. Wir konzentrieren's jetzt mal nur auf den Träger, okay? Ja. Weil die jetzt die anderen Roten im Lachen machen. Auf den Hosenträger. Der ist gleich tot. Hier, 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 wer ist durch tot? Wir haben ihn verloren. Du hast gelobt. Wir in die Richtung, wo die Weine sind. Ich kann nur heilen, ich kann da nicht hinzugeben. Nein, oh, das kann ich, die töten mich, die töten mich. Schrauben. Wir sind doch tot. Oh, das geht's nicht. Immerhin 10. Ich schnell wieder hin. 10 Punkte haben wir gekriegt, ne? Der Ball ist frei. Und sie sei dann. Jetzt hat Rot wieder. Sie haben sich den Ball geschlappt. Jetzt hat Lila, oder? Jetzt ist wieder Lila, ne? Das wechselt da übelst. Na, toll. Wir bräuchten so gesagt, Schild, bevor wir das Ding nehmen, damit man wieder erlogen kann. Ich hatte Schild gegeben, aber die hatten es so schnell runtergekloppt. Du kriegst auch Schaden von dem Ball, ne? Das gibt's nicht. Was denn? Ich bin schon wieder tot. Leute, ich sag's euch. Wenn man den Luftweg hat, ist das gar nicht so lustig. Nee. Oh, das ist eine schöne Folge. Ich seh den Mann mit dem Ball. Noch so optimistisch, ne? Na. Ich werd schon abgefangen auf dem halben Weg. Oh Gott, jetzt krieg ich aber Schaden, bitte. Direkt tot. Na, toll. Die schmeißen irgendwas. Nein, wir müssen das gewinnen. Wir haben auch die Quest drin, ne? Zum Sieger, aktuell. Wir müssen die Bekleidung auch drücken haben im Dach, oder? Das gibt's nicht. Was ordnet es mich denn jetzt hier so? Kalorien ins Erbe. Das hab ich jetzt öfter gesehen, dass die Leute zur Zeit ganz oft damit wieder rumlaufen, ne? Hat es verbessert? Ich weiß es nicht. 7000 Schaden hat's so gemacht. So. Jetzt hat Rot den Ball, oder? Na. Jemand von uns hat? Ja, kommt ihr jetzt? Kommt ihr von der Mitte, oder? In der andere Richtung. Wir laufen genau andersrum. Der ist schnell. Ah, der wird aufgehalten hier. Der kann nichts machen. Ich heile, ich heile. Gut, der kann wieder laufen. Der wird egal festgehalten. Wir müssen hier Sachen legen, damit der... Ich seh euch. Der braucht Heilung, der stirbt doch gleich, der stirbt doch gleich. Boah, hier musst du festgehalten, du kannst keinem erloben. Das ist krass, ey. Heile den immer. Ja, der ist so weit weg jetzt schon, ne? Na, hier, der Typ muss abgehalten werden, der kippt den ganzen Zeit Sachen. Wird er kleingelassen? Schwierig gehalten, ne? Unser Ahnen trauern mit uns. Die Bekleidung von denen ist doch ziemlich nervig. Die tun den so komischen Stabdienst. Ja, wenn man hier in allen dann drinsteht, dann hat man keine Chance, ne? Jeder macht hier seine Fähigkeiten Spam und... 20 Prozent, äh, 20 Punkte noch, sonst... Oh ja, schnell, 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 schnell. Cool. Ja, die holen ab jetzt, wie du willst. Nein. So. Nein, das sieht nur so aus. Da ist er alleine. Der ist alleine. Jetzt hat er seine Verstärkung da. Boah, Mann, ist das so forschbar langsam, Mann. Soll ich mal jetzt schon ein Schild geben, ja? Na? Ich bin tot. Wir haben wohl einen Pieks dabei, so... Nimm, 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 nimm! Hast du das? Wir haben den Ball! Ich hab den Ball, Laufen. Schild, schild, hast du Schild? Nee, Schild hab ich jetzt nicht mehr. Komm schon! Ich hab's los! Überleb'n! Ja! Wie cool ist das denn? Genial! Oh, das ist cool gewesen, ihr Lieben. Wir sind zwar ein bisschen gestorben jetzt hier, aber wie gesagt, das ist nicht schlimm, ne? Ich mein, es gibt Schlimmeres, oder? Willst du hier nicht sterben? Ja, es gibt ja bestimmt welche, die gar nicht sterben. Nee, wie gesagt, das ist echt nicht schlimm. Ich find's cool. Schaut mal, wir haben das noch geschafft, zusammen mit der Gruppe. Die anderen haben ja auch gut mitgespielt. Und ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's dann an dieser Stelle. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und in der nächsten Zeit gibt's auch noch ganz viele Schlachtfeldfolgen, ne? Genau. Dann ist vielleicht auch wieder Todeskampf mit dabei, aber das können wir leider diesmal nicht auswählen, das wisst ihr ja, ne? So, ihr Lieben, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüssi! 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 Tschüssi!